Robert Musil, die kleine Katze aus dem Jenseits, 1916, 1917 Du bist angekommen, du hast deine Frau ein Jahr lang nicht gesehen, ein Jahr Stellungskrieg ohne Ablösung und Urlaub. Zuletzt hatte dieses Jahr zu schaukeln begonnen, anzusteigen begonnen, wie die Meeresfläche von der Seekrankheit sich hebt. 38 Grad Fieber, 39, 40, immer steiler mit jeder Stunde. Dann bist du getragen worden und sacht geschaukelt, auf 40 Grad Fieber, wie auf einem gehobenen Wasserspiegel, den du zugleich von unten, von der matten Seite, von der das Licht weggebrochen ist, gesehen hast. Tagelang, wochenlang. Nun steht deine Frau zwischen den müßig-grünen Bäumen der Allee, die vom Bahnhof in Bozen zum Walterplatz führt. Sie hat dich erwartet und sagt, Gott, dein Kopf ist ja kleiner geworden. Dein Kopf ist kleiner geworden, das bemerkst du nun auch zum ersten Mal. Die weiche Feldkappe, die immer etwas stramm saß, sinkt bei einem leichten Zug bis zum Ohransatz hinunter, der sie aufhält. Dein erster Gedanke ist, dass du dir vielleicht die Haare zu kurz hast schneiden lassen. Du weißt im Augenblick gar nicht, ob du überhaupt... Du fährst hin, aber das Haar ist sogar länger, als es sein sollte. So wird sich die Kappe geweitet haben, aber sie ist noch neu. Und wie soll sie sich geweitet haben, während sie unbenutzt neben deinem Bett auf einem Stuhl lag? Also machst du einen Scherz daraus und sagst, dass du wohl im Feld dumm geworden sein wirst. Fühlst du natürlich, wie ich los dieser Scherz ist. Und die Angelegenheit ist natürlich auch nicht beendet. Du schützt vor, dass du dir das Haar glatt streichst oder den Schweiß trocknest. Und trachtest auch einmal, bloß einen halben Schritt zurück zu bleiben und dich halb hinter deine Frau zu schieben. Und greifst schnell mit zwei Fingerspitzen, wie mit einem Tastzirkel, deinen Schädel zu beiden Seiten an. Ein paar Mal mit verschiedenen Griffen, so wie man die Schädel der Toten prüft, um ihre Rasse festzustellen. Einige Schritte später habt ihr ein Automobil bestiegen, das dort gewartet hat. Warum nicht am Bahnhof? Das Auto gehört zum Kommando, dem du angehören wirst. Privatfahrten sind verboten. Dein Freund hat es hergeliehen. Du hast ihn jahrelang nicht gesehen. Deine Frau hat ihn zufällig in Burzen getroffen. Er hat dich hierher gebracht, wo du dich erholen sollst. Du erinnerst dich unklar an die Sache. Du hattest dir nicht viel Teilnahme geschenkt. Telegramme waren beim Spitalskommando gekommen und gegangen. Anfragen nach deinem Befinden. Anfragen der Befehl, dass du nach deiner Genesung hierher einrücken sollst. Das waren Blätter gewesen, die alsbald von deinem Zustand aufgenommen wurden. Glatt auf der Wasserfläche liegend, verschaukelnd. Du hast keinen Finger gerührt, um deine Frau wieder zu sehen. Du hast sie trotzdem sehr geliebt. Jetzt entstehen in dir Begriffe, die dir damals gefehlt haben. Du glaubst ja nicht an Gott, aber man kann es gar nicht anders sagen. Gott war dir damals sehr nahe. Mit allem Vorbehalt. Du hast nicht einmal in jenen Stunden an ihn geglaubt, wo aus der dämmerigen Flut plötzlich dein klares Bewusstsein wie eine Insel auftauchte und dir still und deutlich sagte, diese Stunden sind deine letzten oder du nimmst dich zusammen. Immerhin, du hattest ja auch nie geglaubt, dass Sterben so friedlich ist. Man stirbt mit einem Teil seines Wesens voran. Man löst sich auf wie ein Zug. Während die Knochen noch im Bett liegen und das Bett da ist unter Umschlag und das Enträtselnwollen des Gesichts, das der Arzt macht, aus Neugierde zur Abwechslung, ist alles, was man liebt, schon weit voran. Die Sicherheit des Ichseins, des Dichhabens ist sanft und sacht aus dir hinausgetreten und hat sich von dir entfernt. Und du siehst sie noch, du weißt, du wirst sie dann mit mächtigen Sprüngen einholen und weißt eigentlich nicht, bist du schon bei ihnen oder noch hier. Mit einem Vorbehalt sagt man sich, das könnte ja auch Gott sein. Man grübelt nicht, man zweifelt nicht, man glaubt nicht. Wenn das aber Gott ist, dann ruht man im Sterben mitsamt seiner Geliebten in Gottes Arm. Und seine Arme sind zwei Wasserflächen und fließen ineinander. Aber man lässt kein Telegramm, kein Brief beantworten. Man schert sich nicht um die Ängste der Frau, die keine Bewilligung zur Reise erhalten hat und hält alles für wohlgeordnet. Heute, während sie dir Vorwürfe deswegen macht, fällt ihr natürlich ein, ob sie denn wirklich unter gar keinen Umständen das Kriegsgebiet hatte verlassen können, trotzdem du im Sterben lagst. Du stellst dir die Vorschriften zusammen. Freilich, niemand hat dir Nachricht gegeben, wie ernst es stand. Und so fehlte die Grundlage. Eine Offensive wird vorbereitet und man ist doppelt streng. Aber dein Freund ist doch mächtig. Er ist die rechte Hand des Generalstabs. Warum, warum fuhr das Auto nicht bis zum Bahnhof? Kann er das nicht? Heimlich borgen kann er es, aber nach außen muss der Schein gewahrt bleiben. Nachdem deine Frau ihn getroffen hatte, bestand die Hoffnung, dich herzuholen. Erst in ein Bozner Spital, dann die Sache mit dem Kommando. Aber es hielt so schwer, verlässliche Nachricht von dir zu bekommen. Kann ein Schädel kleiner werden? Der Druck in den Adern kann nachlassen. Das Fett unter der Kopfhaut kann im Fieber etwas zusammenschmelzen. Aber was macht das aus? So bleibt ein Rätsel. Denn tatsächlich ist der Kopf kleiner geworden und befühlt sich. So bleibt ein Rätsel von innen mit der Vorstellung sogar noch viel, viel kleiner. Zwei dünne Schälchen aufeinander geklappt. Man kann ja vieles nicht erklären, aber man trägt es nicht auf den Schultern und fühlt es nicht bei jeder Bewegung des Halses. Eine ungeheure Erscheinung, der Freund. Stark und breit. Und er spricht freundlich wie mit Kindern. So genau weiß er, was er ist und was er will. Als sie zurückkamen, war die kleine Katze da. Sie saß an der Schwelle des Hauses unter dem Portikus. Er machte einen Buckel zum Willkommen und strich den erstaunten großen Geschöpfen um die Beine und die Röcke. Sie wollte Einlass. Selbstverständlich wurde sie aufgenommen. Wer wird nicht eine junge Katze aufnehmen, die ein Obdach will? Aber schon am nächsten Tag zeigte sich, dass man vielleicht ein kleines Kind aufgenommen hatte, aber nicht bloß eine Katze. Solche Ansprüche stellte das stumme kleine Tier, das sich um ein klein wenig stiller als einer jungen Katze zukam, benahm und nur wie von einem unsichtbaren Heiligenschein von Mitleid umgeben war, dass es um sich zusammenzog, ohne dass es einer bemerkte. Sie gab sich sogar ersichtlich Mühe, freundlich mit den Menschen zu sein. Sie spielte so, wie sie wissen musste, dass es Menschen von jungen Katzen erwarten, aber man konnte fühlen, dass sie nicht ganz dabei war. Sie fing in der Nacht an, wiederholt zu erbrechen und war am Morgen ganz matt. Nun, vielleicht hatten wir dem verhungerten armen Kätzchen im guten Übereifer zu viel zu fressen gegeben, aber im Schlafzimmer konnte sie nicht mehr bleiben und wurde zu den Burschen in die Dachkammer gegeben. Aber die Burschen klagten, dass es nicht besser geworden sei und wahrscheinlich hatten sie sie auch in der Nacht hinausgeworfen. Und sie begann nun nicht nur zu brechen, sondern konnte auch den Stuhl nicht mehr halten und nichts war vorher sicher. Da entstand der Beschluss, wir hatten inzwischen erfahren, woher sie gekommen war, sie dorthin, Hausmeistersleute in einer höher oben liegenden Villa, wieder zurückzubringen. Nun, natürlich, wo gehörte sie hin? Wo war sozusagen ihre Heimatgemeinde, die für sie zu sorgen hatte? Aber warum hatten wir dieses Gefühl so gar nicht früher gehabt? Das Gewissen drückte uns wohl alle und wir gaben Milch mit und ein wenig Fleisch und versprachen, für die Ernährung zu sorgen. Erst hingebracht, wieder nachgelaufen. Zwei Tage später war sie wieder bei uns, saß, als wir nach Hause kamen, da und wir verstanden, dass sie beanspruchte, da zu bleiben. Zwei Tage später ist ein wenig, die sie ja heute wieder zurückzudringen. Zwei Jahre später wurde ich das alles wiederholzen und in der letzten Zeitpunkt. Zwei Jahre später und ging geworfen. Vielen Dank.